so leute schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen folge hier chroniken von sind der fingern ich freue mich wir sind eben auf der suche nach urwald haben leider nichts gefunden ich bin jetzt hier gerade in einem fichten biome angekommen und will mal ausschau halten da haben wir noch bärenbüsche können wir mal mitnehmen die bären da sind füchse aber ich sehe hier keine möglichkeit an urwald zu kommen tropen oder sonstwas jemand hier auf der anderen seite hoch wir hier was finden außer viel laub im weg ist wer ist denn das wahnsinn ja servus hi das was du denn hier wahnsinn wir haben ihnen gefunden cool cool muss mitgenommen im dorf ich bin gespannt was mit den einwohnern hier ist weil hier die ganzen spinnweben und alles das scheint hier wirklich eigentlich ein verloffenes verlassenes dorf zu sein eigentlich ein schönes dorf aber sie in der eingang und der hütte ein pult sogar hoch büscher egal auch noch ein lila teppich oder was das ist wahnsinn riesen dorf aber alles komplett verlassen wahnsinn hat da haben wir jemand anderen noch hier gefunden hätte ich nicht mitgerechnet während hat er hier angepflanzt das ist eigentlich die kraftoffeln wenn das hier sein ansonsten wahnsinn ich kann meine zum jahr mehr und hat die dorfbewohner getötet und dann habe ich das gefunden ok witz erst auf den mir zum leben erwecken ich bin mal gespannt wenn ja das wird eine richtig harte arbeit werden cool das ist cool hast du aber eine menge vorgenommen wahnsinn gut wir haben jetzt ein paar süßbeeren brot haben wir wir haben ein bisschen holzkohle wir bräuchten nochmal holz das heißt wir gehen uns hier ein paar bäume fällen dann arbeiten wir nämlich noch ein bisschen holz dann laufen wir mal schnell zu liegen hin er hat was für uns die kiste da drinnen ok die sonne geht auch bald unter alter schüttel wahnsinn was hat der alles da drin vor allem alles für uns geil rosenstrau ofenkartoffeln süßbeeren knochenblock basalt fichtensäzchen seelensand schneeblock alter schwede was ist das den fackel wasser milch kies weizen alter schwede jetzt kriege ich gar nicht alles mit muss ich zwei mal laufen na gut schlafen wir erst mal und dann werden wir das einmal nase sind fingern bringen um dann natürlich nochmal zu kommen den rest zu holen wahnsinn was wieder eines gekriegt haben das ist richtig richtig heftig können wir aber wirklich gut gebrochen leute gut da müssen wir jetzt mal gucken wo lang wir müssen das wäre einmal diese richtung werden wir gucken dass wir natürlich wieder hier ist eine riesen schlucht alter schwede so laufen wir einmal hier lang ich hoffe wir finden jetzt auch relativ schnell zurück ich hoffe wir sind richtig sieht gut aus wahnsinn vor allem was da alles bei ist heftig leute richtig heftig vor allem der typ der der kerl da der alte sack da müsste er dann schon im nether gewesen sein wahnsinn so einmal hier rüberschwimmen da kommt ungefähr hin da müsste unser doch sein irgendwo in der gegend da ist es da sind wir wieder in simmelfingen sehr schön bringen einmal schnell die erste ladung weg und holen uns dann das restliche zeug noch wir müssen natürlich erstmal gucken dass wir irgendwie platz kriegen eventuell noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, hundertste kiste bauen um alles unter zu kriegen kiste voll kiste voll kiste voll kiste voll nee da ist noch ein platz das ist gut kiste voll, kiste voll, kiste voll, kiste voll, aha fünft kurz kiste voll, anunci die kunst die sind nicht geil sein, ne? Und dann werden wir mal gucken, wo wir die am besten platzieren, denn wir müssen natürlich viel viel Platz haben. So, dann rennen wir nochmal rüber. Wenn wir jetzt alles gleiche reingelegt haben, die Milch nehme ich trotzdem nochmal mit. Wahnsinn, die Spitzhacken nehme ich mal mit, können wir mit Sicherheit gebrochen. Das Birkenholzboot lasse ich mal nicht hier, das nehme ich auch mit. Die Ofenkartoffel nehme ich mit, dann haben wir was zu futtern. Stickies nehme ich mit, und Bruchstein nehme ich mit, und die Werkbank nehme ich mit, und den Schmelzhofen nehme ich mit, und Holzkohle nehme ich mit. Dann habe ich Inventaria voll und gewehrlos. So, ja. Wir gucken mal eben schnell nach Zuckerrohr. Hi Bauer, danke sehr, du hast echt kein Benehmen. So, wir sammeln nochmal Zuckerrohr hier ein. Vielleicht will der Kerl Zuckerrohr, können wir ihm ja mal anbieten. Könnte er mit Sicherheit so gut gebrochen, weil in seiner Gegend habe ich das dumpfe Gefühl, das kein Zuckerrohr zur Verfügung hat. Von daher bringen wir ihm einfach mal was mit, aber die Chance, Dings zu finden. Ähm, Urwald, die Chance hatten wir leider noch nicht. Finde ich echt schade, aber, gut, kann man nicht erinnern. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir nochmal Holz mitnehmen. Ich würde einen halben Stack, äh, Birkenholz mitnehmen, damit wir was haben. Falls wir mal in in die Höhle gehen sollten oder sowas. Muss man immer darauf vorbereitet sein, naja. Und wir werden jetzt nochmal zurück wandern zu ihm. Und das restliche Zeug holen und dann wieder zurück zu nach Sinnel Fingern begeben. Und dann wollen wir schauen, dass ihr hier nochmal irgendwie Urwald finden könnt. Urwald finden, das ist das große Thema jetzt wegen Bambus und allem. Gut, wenn wir kein Bambus finden, ok, dann ist es halt so. Dann finden wir es vielleicht später. Mhm. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich ihn auch finde ohne Probleme, weil, äh, hier tiefster Fichtenwald, das ist heftig, hier kann man sich leicht verlaufen. Aber ungefähr diese Richtung müsste stimmen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal eine Straße oder so zu ihm bauen. Auf Dauer. Eine Straße oder zumindest einen Weg oder sowas. Damit wir immer die Wege entlang laufen können zu ihm. Und dann, äh, bop, 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 bop. Ich guck mal, ob ich überhaupt richtig laufe. Anhand der Koordinaten. Ich laufe nämlich komplett verkehrt. Ich laufe nämlich komplett in die falsche Richtung. Das ist mal wieder typisch Umweltrettung. Alter, das ist vielleicht eine Katastrophe hier. Komm, holzen wir mal mit dem Bett hier den Wald ab. So. Und jetzt laufen wir ungefähr in die richtige Richtung, aber nur ungefähr. Ja, das ungefähr ist die richtige Richtung, wo wir hin müssen. Und jetzt habe ich gemerkt, wir haben Hunger. Dann essen wir auf jeden Fall nochmal eine Kartoffel. Ich weiß, ich bin eine Kartoffel, aber egal. Ja, da muss ich schon selber lauern, das ist heftig. Ähm, aber es stimmt leider. Ich bin vielleicht eine Kartoffel. Ich laufe in die völlig falsche Richtung. Pass auf, wenn ich jetzt nochmal schaue, dann laufe ich schon wieder verkehrt. Mit Sicherheit. Hier ist doch noch die richtige Richtung. Okay, wir müssen da da. Ist schwer zu finden. Wir brauchen echt eine Straße. Die werden wir auf jeden Fall noch bauen. Ist aber viel Arbeit. Hier irgendwo müsste sein Dorf sein. Stützen wir uns mal den Abhang hier runter. Ach, wo hier? Alter Schwede. Ja, okay. Ah. Hm. 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 Das wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit werden. Das muss ich wirklich sagen. Hier sind ein paar Bärenbücher. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir vorbeigelaufen sind. Und irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass wir vorbeigelaufen sind. Es ist richtig heftig hier was zu finden. Es ist richtig heftig hier was zu finden. Wahnsinn. Alter, jetzt ist hier eine riesige Schlucht Wahnsinn. Eine riesige Schlucht hat sich hier aufgetan. Ich wäre fast reingefallen. Ähm. Oh, ja. Ja. Wenn wir mal da lang schwimmen. hier im Teich des Fichtenwaldes. Wir sind mit Schwimmen sind uns Schwimmflossen gewachsen. So, endlich auf der anderen Seite angekommen. Jetzt ist Nacht, dann schlafen wir mal eine Weile. Hier schlafen wir eine Weile. Hallo, Bett. Ärger mich nicht. Danke. Gut. Gut. Weiter geht's. Auf der Suche nach den richtigen Koordinaten finden wir ihn nochmal oder werden wir ihn in den ersten 20 Jahren wiedersehen. So, äh, popp, 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 okay, ich hab hier einen Lavasee gefunden. Ein Lavasee. ich möchte den berg hierauf begeben mal ausschau halten weil ich nicht weiß wo ist ich bin glaube ich völlig verkehrt wieder und dann müssen wir glaube ich in diese richtung gleich sind drei folgen rum ich habe ihn immer noch nicht gefunden heftig leute wie groß ist die märz 10 märz hätte mir auch gereicht und ich hätte mich trotzdem wahrscheinlich dann verlaufen so springen wir einmal hier den hang runter und klettern den hang hier wieder auf das richtige survival hier leute einmal verlaufen ohne ende dann werden wir nochmal da lang hüpfen so ich habe hier ein haus gefunden ich habe das dorf gefunden leute zehn stunden später ich habe es so leute ist das hier wahnsinn jetzt finde ich nur meine kiste nicht mehr also zumindest seine kiste wo er mir das zeug reingepackt hat da getroffen sind dann alter was für ein zeug alles und inventar ist voll und ich bin immer noch nicht fertig also noch mal eine tue hin alter leute manu egal folge ist erstmal vorbei ich bin schon bei 20 minuten statt bei 15 minuten bzw 23 minuten mhm egal ein bisschen länger gedauert als geplant hier noch mal hinzukommen mhm und ja ich würde sagen in der nächsten folge machen wir es nochmal zumal versuchen wir es dann in 50 folgen sind wir dann durch und da haben alles drüben und ja bis dahin erstmal servus und tschüss tschüss